So, weiter geht's heute in der Liga mit dem Wiederspielfang in Bayreuth, schönes wiederer Weißer bei FIFA 23. Heute geht's gegen den MSV Duisburg auswärts. Ach, hier ist glaube ich noch ein Abgang. Ja, genau. Kann ich mir wahrscheinlich sogar mal Spieler verpflichten. Das wäre super. So. Ja, ich habe ja gesagt, ich muss die Kader ja bisschen auftreten. Wir sind ja glaube ich mit 30 Spielern oder 29 Spielern noch. Ich würde gerade zumindest noch so 25 bringen. Das wäre super, weil es sind einige dabei, die ich noch keine Chance haben. Genau. Stefan Mahler wechselt. Das ist gut. Patrick. Patrick Scheder. Okay. So. Ich ziehe eben kurz die Kaufoption für für meinen, für Eggloff. Äh, Transparenzentrale. Müll sich gehen. Äh, warte mal. Das war jetzt anders geplant. Äh, Mannschaft. Das war der Gedanke dahinter. So, Teamzentrale. Genau. Teamzentrale war das richtige Wort. So, wir verhandeln kurz das ganze Ding, ruhe durch. Da ist ich das zu wache, weil brauchen wir nicht ihn. Schlüsselspiel auf jeden Fall. Ja, auf die Falle Verlängerung. Freigabe-Summe gehe ich raus. Äh, du hast jetzt aktuelles Gehalt von... verdoppelt mal. Wir können gar nicht hören. So kam es ganz egal. Ja, natürlich. Übernehmen. Also, wir gucken, was bleibt. Ja, passt. Zubied. Konzert steht. Linian Eggloff bleibt bei der Spiele von Bayreuth und das für weitere fünf Jahre. Da habe ich mal so ein Gehalt, aber einfach gesorgt. Bleibt das safe jetzt auf jeden Fall. Einer von unseren Leuten. Damit herzlich willkommen. Im Kader. Oder beziehungsweise ich. Fest verpflichtet. Ja, gut, das geht. Das ist jetzt halt, wenn ich die Kopfoption gezogen hatte. Ich habe ja schon gemacht. Er ist eigentlich schon Stammspieler schon seine Tore gemacht. Ich habe jetzt das nochmal machen. Also, der Eggloff wechselt für 877.000 zum Spielfall in Bayreuth. Und dann 1. 90er. Oh, breitab. Das ist ein hervorragender Deal. Definitiv. Das ist Maximo. Das ist ein Deal rausgeholt. So. Passt. Also, Lidia Eggloff bleibt bei Bayreuther. Definitiv. Da ist nämlich jetzt auch die Leih weg. Jetzt ist er dabei. So, noch ein paar Kandidaten, die ich gerne noch loswerden möchte. So ein paar. Gut. Ja, passt auf jeden Fall. Aber da ist tatsächlich noch eine Meldung, eine Meldung eben aufgeploppt, die ich gerne probieren möchte. Also, ich habe zu viel auch noch ein bisschen was vorgeschlagen. Oh, in der Kita-Staat ist ja schon um 1 hoch. Gut. Äh, Paul Schäler. Ähm, den nehme ich immer. Von die Liste streichen. Äh. Verlängerung, delegieren, kriegst du verlängert. Du, fast. Also, ich habe mich jetzt tatsächlich für nochmal, 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 nochmal für drei Jahre verlängert. Das wollte ich jetzt nämlich noch schneller durchziehen. So. Und da gibt es heute gegen den MSV Duisburg. Oh, das ist ja noch ein Abgang. Ja, wie gesagt, der Kader muss natürlich noch ein bisschen ausgedünnt werden. Das ist normal jetzt. Und da gibt es heute gegen den MSV Duisburg. Und da sind wir nach Schäber. Das ist Australien. Na, 100.000. Na gut, okay. Felix Weber. Na gut. Ich muss jetzt sowieso jetzt mal den Kader besitzen. Also, wie gesagt, auf jeden Fall ist das mal soweit alles klar. Warte mal, dass irgendwo noch ein Chat rausgegangen, wie ich jetzt gerade nicht gesehen habe. Geht gleich weiter. Zeigt mir, dass ich recht habe. Ich habe alles gegeben, dass es klappt. Gut. Wo ist denn Marderat sind weg? Das war jetzt der Plan an der Sache. Die wollte ich jetzt noch loswerden. Und da gibt es heute, wie gesagt, immer noch gegen den MSV Duisburg. Ich sage mir, es passiert jetzt noch mal irgendwas. Okay, das ist ein Turnierpreisgeld. Das ist ein bisschen Geld reingekommen jetzt gerade. Verhandeln. Ich glaube, ob ich ein bisschen verhandelt kriege. Wie gesagt, das sind ja immer noch ein paar Leute dabei. Ich werde mal ein bisschen was rauskohlen können. Neue Transfersumme vorschlagen. Komm, gehen wir mal auf 500.000. Gucken wir mal, ob sie das angenehm. Gegenangebot. Neue Transfersumme vorschlagen. Ich bleib mal. Bleib mal bei 500.000. So, da kommen wir uns zum Haben. Ja, passt. Und dann habe ich wieder geholt. Dann passt das. Hoffentlich vielleicht für eine halbe Million. Jetzt haben wir dann 27.000 Pokale. Okay, cool. Klar, Kleidvieh macht auch Mist. Vielleicht kann ich mir dann Ulrich noch verpflichten. Zumindest vielleicht eine Chance auf eine War. Das ist dann ein Glück. Aber ich glaube, den haben wir nicht verpflichtet. Verpflichten. Da müssen wir mit RB schon verhandeln. Und der wird wahrscheinlich ein paar Millionen ein bisschen was kosten. Ähm. Gut. Gehen wir rein ins Match. Gehen wir rein ins Match. Spieltag Nummer 3. Es ist eigentlich klar, wen wir hier heute besonders im Auge behalten werden. Denn bei dem stehen vier Tore aus den letzten drei Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir zeigen sie Ihnen live. Okay. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolfus und der Kollege Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Verspannung ist auf jeden Fall gesorgt. Und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Von den Gästen haben wir in den ersten beiden Spielen eine Menge gesehen. Sechs Punkte haben sich schon. Und das ist natürlich deutlich mehr, als man erwartet hatte. Denn eigentlich hatten ja alle gedacht, oh, bei diesen beiden Aufgaben, da wird nichts rumkommen. Auf dem Rasen sah das dann ganz anders aus. Da die Einblenderung, so will der Gastgeber heute starten. Ah, deswegen das neue Logo. Das muss ich gar nicht sagen. Das ist ein altes Logo. Mit der Fall zum Erfolge. Das war jetzt so ein Spezialding. Der Gründungsjahr. Ich glaube, wir sind selten beschäftigt. Das ist es halt einfach. Klar, die ein oder andere Spieler kennt man natürlich davon. Natürlich ehemaliger Bundesligist, man kennt die Jungs auf alle Fälle. So beginnen die Gäste heute. Bei der Mannschaft. Und dann gucken wir uns noch kurz die Gegenseite an, Buschi. Auch hier sehen wir eine sehr offensive Ausrichtung. Auch wenn da 4-5-1 steht. So, gleicher Start, äh, gleicher Startformation wie im Pokal. Wir wollen unsere Serie fortsetzt. Wir wollen in der Liga den dritten Saison Sieg. Wir haben drei Spiele. Wir wollen ja die Tabellen führen gerne verteidigen. Mal schauen. Ja, das geht natürlich auch so liegen im Klassenhalt. Ich mache das erstmal. Und dann kann man immer noch nach oben schauen. Das kann auch klappen heute nicht funktionieren. Ja, guck. Du solltest auf jeden Fall keine Laufkundschaft werden. Das ist schon mal klar vor allem auswärts. Jetzt ist er vorbei. Das ist jetzt eine Chance. Oh, der Junge ist 17. Das ist ein eigener Jugendtorwart. Dann habt ihr jetzt verkriegt das Vorbestellung. Wo ist dabei? Erstmal geklärt. Das war wichtig. Das war jetzt mal nur eine Werte von 22. Aber der hat ein Potenzial, glaube ich, von uns um 97. Also der kam auch richtig hochgehen. Aber deswegen habe ich ihn jetzt erst mal in der Stadtformation. Ja, schön. Und... Er ist noch heiß. Den kann er noch nicht sagen, gefährlich aus. Das ist schon, glaube ich, war es. Ja. Es ist auf der Ecke gegeben. Genau so weit ist es. Auch der Verteidiger war da dran mit der Situation. Der Ball kommt rein. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Ecklauf. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Der will ja jetzt unbedingt zeigen, dass er zu Recht fest verpflichtet wurde. Der ist jetzt. Er bleibt mindestens fünf Jahre heute. Ich bin vor dem Bayreuth. Da habe ich lange gebraucht, dass ich eine Kommission ziehen konnte. ganz interessante Geschichte. Also 50.000. Können wir heute schon von ihm erwarten. Was draus zu ihm zu. Also wenn sie eine Schwäche hatten, dann war es das Meterfeld. Das ist jetzt vorbei. Und die Chance hat noch mal das Fachautor. Das ist jetzt wiederholzlos. Das ist jetzt wiederholzlos. Jetzt nicht wiederholzlos. Das ist jetzt wiederholzlos. aber naja da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht mit dem aussteigen lassen das kann ich auch mal freut das muss ich nicht noch was halt zweimal oder ja könnte gefährlich werden kann der rückraum nicht durch also dafür dass wir jetzt gucken dass ein bisschen reinkommen jetzt in die mitte ja nicht gut der gehalten aber wir schauen weiter genau hin oder kann erklären na schade das war es leider nicht weiter wahl ab er findet kein mittel ja aber kriegt jetzt kein stich da rein ist ja nicht so dass die chancen da wäre bisher kriegen wir sie einfach nur nicht umgesetzt aber gut kann ja nicht werden wir haben bleiben 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 können das funktioniert nicht mehr ran an diesem pass schwarz groß ja gut okay der ist ein bisschen lang gewesen ich glaube nicht da werden wir mit einer position gerade quer legen die bekommen den ball nicht aus der ball und red hat immer noch nach wie vor dass 0 1 1 hier hier spielt nur eine manche das sind wir haben was mal so gewinnt dieses du ein sterne gutes ding das ist eine schuldig gerade so ein bisschen nicht alle sind schwer aber die führung spricht ja für sich sie machen trotzdem was sie wollen in diesem spiel nutzen die chancen die sich ihnen bieten das ist eine engagierte und clevere leistung bisher kriegen wir so eine krisis hin und dann siehst du mit der nächsten chance 2 0 und fassbar es spielt nur eine mannschaft und das sind wir ball geht präzise ins kurze eck ganz gut gemacht wieder unsere verteidigung stehen natürlich immer wiederholen ihre chance 2 0 und sparkieren doppelpack spielstand 2 0 im moment läuft es natürlich für sie ja das gibt ein wohn das ist nicht wahr ich krieg dir nicht unter die kriege ich nicht in gefahr ich wollte da sagen wir mal reinlaufen aber das passt so nicht so ganz also vielleicht doch was mal probieren da gewinnt er den zwei gab ja da war wichtig jetzt können sie kontern guter einsatzball ist weiter in der situation von stoppe kamen du kennt man keine karte ja das sieht man selten scheinbar bewertet er den strafstoß als strafe genug 3 0 wie gesagt vor allem wie spielt die einzelne spiele wir sind die einzelnen die haben wir ihre chance hat löstung nutzt halt einfach nur komplett die kriege bisher nicht in 0 zu 3 der rückstand aber ja in der vorbereitung schon mal so dinge gedreht auch hier war der keeper an der richtigen ecke aber nicht dran nicht entscheidend dran 0 zu 3 der pausen für spät also diese erste spielhälfte die mannschaft gegeben in die kabinen und gleich geht es hier weiter da sehen wir das gute spiel bislang vorliegen ihm gelingt heute fast alles ist quasi nicht zu verteidigen ja also das hätte ich nicht gewartet jetzt das war da das war da jetzt noch was wir machen aber gut herausforderung aber gut vielleicht ist es die erste niederlage es wird wurde später gekommen aber sogar alles ist gut die erste hälfte war ganz schön einseitig man kann zweimal zwei mal stehen lassen gut gemacht sterne jonas sterne sehr gut gemacht und leider dahin da wie gesagt auch diesen fall den quer passen der damier uns zu verdanken ist super für abseits meiner meinung nach kommt der lauf einen moment zu früh und die konsequenz er glaubt bleibt draußen geht jetzt raus spielweise dieses lauern sie wollen diesen einen schritt schneller sein das geht oft schief so wie hier aber wenn es klappt dann ist die chance da sterne verliert kommt sich durch wieder nichts stoppel kam passt auch auf zweimal super auf wir haben einen transfer bei menschen war nicht leicht diesen spieler zu holen ist es dann doch gelungen also mit ihm verstärken sie sich in jedem fall das ist ein richtig guter transfer aber kein russpass war zurück richtung eigenes tor halbe stunde noch dann ist das spiel vorbei also sollte das jetzt immer noch werden leute mit irgendwas mit das ist nicht wahr was für ein sensationeller reflex unfassbar also das ding muss rein gehen sie nehmen eine auswechslung vor ich hatte den jetzt nicht doch ausgefischt ecke kommt den 16er die szene geht weiter kein guter befreiungsschlag das muss es was sein da kommt da raus und hält den ball sie kriegt so hinter zu sagen dass wir noch immer noch um was noch dazwischen aber so wie kriegt sie ich vermute das was wir heute nicht hinbekommen das meinte die erste in diesem ich weiß nicht wie es heute passen soll sein timing ist schon klasse ja alles ist gut diesmal passt da sind die fans aus ihrer sicht musste es da elf meter gehen wir sehen den wechsel stoppe kam die mitspieler wollen ihm helfen er gibt es weder da zeigte direkt auf den punkt es gab es gibt den nächsten fähig selber diesmal mit geld muss man sagen und leider kann man diesmal wirklich zu spät der ist unumschritten ja wir haben einfach eine hundertprozentige abschlussquote die kriegen egal wenn sie vor so kommen das ding ist drin klare sache hier das 40 ist schon deutlich das ding tut richtig wenig weiter die abwehr findet einfach kein mittel jeder war es ist nichts passiert gerade nichts das irgendwie regulär ist noch eine viertelstunde zu spielen weil diesmal war der filter klar es gibt es eine gute gelegenheit bei ihnen wird es jetzt eine auswechslung geben die ecke kommt ein er gibt den nächsten der krieg jetzt gerade die gruppe und gegen morgen wahrscheinlich hat ein spiel er hat elf meter das haben wir nämlich gerade schon so aus ja 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 nee das ist doch zum kopf mit diesmal nicht das wird schon weh ist gerade schon extrem wie dieses zu viel die ecke kommt gute aktion sie haben der ball kolja push mit viel zu in richtung mitte klasse gut dazwischen gegangen da wer platz für den konter nehmen wir es ist frei da kommt die flanke wir kriegen es nicht hin also dieser räder der ist heute das macht dicht und lässt nichts anbrennen nichts passiert aber egal auf welcher position und wie gesagt auch der eine weise der kurz vor der linie da ausgerufen statt noch irgendwie der verteidiger verhindert wieder den nächsten durchmarsch also wir kriegen es gerade nicht denn also heute heute kannst du schießen verboten willst das ding passiert nischt zwei minuten nachspielzeit sind angezeigt also kriegen wir auch sagen die lage das ist definitiv klar vielleicht noch mal ein bisschen zu deutlich aber es ändert nichts daran das ist dann zwölf der verdienter lernt hat dann hat man die chancen ist ein guter start ein unerwartet guter start auch wenn diese niederlage heute ein kleiner rück aber heute das tut weh 3 11 mit dagegen und so ganz schlau sind wir erst wenn ich ein bisschen am zweiten da ist klar der dritte mal am spiel wo ich auch denke mir ganz klar ist passiert dann kannst du sehen mich hat mich total nützlich hier nur wegen der beiden treffer naja also der keeper von denen heute war einfach nicht zu holen wie gesagt ich davon wurde draufgehalten wurde gehalten geschossen dass er hat einfach alles geholt wie gesagt drei meter vom tor der kriegt das ding da noch an fuß naja glücklicher diesburg es war irgendwann klar wie gesagt aber die statistiken so ein bisschen guckt sieht das völlig gar nicht so schlecht auch wenn ich so einfach nicht macht und der gegner einfach war und sahne tag erisch da passiert halt genau so was aber es ist halt so passiert vielen dank dass sie schon so kurz nach spielende bei uns sind auf jeden Fall Vielen Dank für dieses Statement. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann geht es weiter in der Liga GmbH FC Ingolstadt. Tschüss!